Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder euer Doom und willkommen zu unserem dritten, ähm... Vierten. Vierten? Vierten Anlauf. Vierten Anlauf, äh, das zu spielen und ich wollte eigentlich sagen zur, äh, dritten, äh, zum dritten Matchteil. Ach ja, ich hab das ja alles schon davor erklärt, was arbeite ich denn hier für einen Scheiß. Okay, jetzt aber. Aber, hoffentlich funktioniert's jetzt, wenn nicht, müssen wir einfach dieses Spiel weglassen. Ah, keine Legs, gut. Ich nehme der Kirby in Rot. Kirby, Kirby. Ähm, wieder Donkey Kong und, weiß ich nicht. Dann nehmen wir Samus weg. Oder? Ja. Nicht Pikachu, nicht Pikachu, alle außer Pikachu. Nehmen Yoshi. Und wir nehmen wieder Random Map. Ja, okay. Ich hoffe, diesmal kommt es da vor. Oh. 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 Oh, ich bin die Fresse, Affe. Oh, ich will mich alle verkrügeln. Oh, ich hab schon fast 70%. Nein, ich fall runter. Alter. Alter. Alter, der... Wie nicht Yoshi einfach nur aufwissen. Wie ich alle einfach nur wegtrete. Alter, man. Verstörbar für. Ah, da könnte er das... Hält er beinahe als ein... Weg, weg. Abgestört. Ab... Ne, doch nicht. Ne, doch nicht. Du hast gerade von Affe... Affen geputzt. Die fliegt gerade weg. BIM! Tschüss, Dominik. Weg! Geh weg! Hey, Mann, ey. Ich rast hier aus. Der Affe ist meiner. Ja, ich kann nur ruhig sein. Fickt euch. Oh, Dominik, ey. Mann, du... Mann! Wow. Hättet man noch getroffen. Ich krieg den Bastard noch. Alter, ich hab die... Trügel in die Gärze halt auf... In... Ein. Nein, voll daneben. Doch nicht. Boah. Alter. Mann, oh Mann. Alter. Was geht denn ab? Tschüss, Dominik. Oh, ey. Die wechseln. Hey, und Kopfnuss. Tschüss. Ey, ich krieg's kotzen. Oh, nein. 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 Alter. Geh weg, Affe. Oh, ey. Ich bin so... dämlich. Ich... Ich bin... Alter. Das war ein mieser Skill. Nein! Jawoll, hab ich dich geschafft? Ja! Fehlen wird Zeit, dass du wieder heimst! Mann! Du hättest einfach nur die Fläche! Du hättest einfach nur die Fläche! Hä? Dann macht einfach nur jeden fertig! Oh, das war perfekt gerade! Wow, scheiß Yashi! Nein, ich will nicht unter! Ich krieg langsam das Heuer hier! Ja! Oh! Nein! Mann, Alter, ich sterbe so! Scheiße! Oh! Nein, nein, nein! Ohohoho, homerun! What the f**k Noch her Josh hat mich wohl voll getötet Mist ey Boah ey, geh doch mal weg Ich bin ein Haariger Voll in die Bombe rein Weil die Special von den Affen ist uhr cool Aufladen Nein, nein, nein Nein Boah, Alter Geh doch gepflegt, sterben Ey, ja, nee Ich holt voll in einen Delta-Schwertschlag rein So, ich lege erstmal meinen Schlag auf Mann Richtig getötet Geh doch weg Ja, nee Geh doch bis Link Weiter dieser Yoshi Ohne Witz und er macht geht doch alle weg wo naja, so ein bösen Spyro draufgegangen Alter, ist es gut Ah, ist gleich vorbei, wa? Ja Nein, 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 nein Nein Boah, hast du es gesehen? Ja Geht doch Nein Nein Nein, ich wollte dich doch mitnehmen Äh, äh, mich nicht Nein Timer Geiles Match, ey Ja Gewonnen, oder? Nein Ich hab genau null Ich hab genau null, Dominik H already Einfach von mir sue że Luckily... Und wie sie... Es ist mir geil Mario Party und dann geht es wieder von vorne weiter so los und immer so weiter. Ihr könnt euch auch sehr viel mehr freuen, wenn euch das gefallen hat. Ich bin euer Doom gewesen. Und ihr könnt auch ihnen schreiben, was ihr eher sehen wollt. Ja, genau. Oder ob wir irgendwas wiederholen sollen oder was auch immer. Erstmal machen wir da weiter und dann können wir das machen. Und dann freuen wir uns ganz sehr, sehr doll auf eure Antworten. Und schön Feedback geben. Und genau Feedback nicht vergessen. Das war es von mir. Ich bin Doom. Ich habe mit der Mose Scout gespielt. Es hat mir riesig Spaß gemacht. Schalten Sie auch nächstes Mal wieder ein oder klicken Sie rein und wie auch immer. Macht es gut. Ciao.